Snowdome Bispingen, die Wintersport-Erlebniswelt. Erleben Sie 23.000 Quadratmeter puren Skispaß. 300 Meter Piste mit 20% Steigung, Snowpark mit verschiedenen Obstacles und die längste Indoor-Rudelstrecke Deutschlands. Das Snowy-Kinderland und die Hofbräugastronomie lassen keine Wünsche offen. Der Winterspaß für die ganze Familie. Wer gerne etwas länger bei uns bleibt, bucht ein Haus im 3-Sterne-Resort-Hotel Bispingen. Nur 60 Kilometer von Hamburg. Snowdome Bispingen.